Arm hinterm Rücken? Können wir machen, ja. Bist du ready? Eins, zwei, drei. Werde Leute, Basketball wechseln wir in den Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, gestern haben wir uns erst ordentlich was gegönnt. Es klingt am Handgelenk. Natürlich ist die Freude immer noch riesig. Jetzt wird es aber an der Zeit. Auch euch was zurückzugeben für den immensen Support, den ich da in letzter Zeit erleben darf. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg zu Rare Fashion. Da wartet der Philipp schon auf uns. Und ein paar andere Leute, denen ich... Ja, ich habe mal Instagram gepostet, dass wir ein bisschen was verschenken werden. Die stehen dort schon, angeblich warten es schon ein paar. Wir werden dort hingehen, werden einzelne Leute challengen. Und ja, wenn wer ganz gut dabei ist, dann kriegt einer auch Fortschritt geschenkt, oder? Wenn er die Fragen richtig hat... Ja, schau mal. Ich weiß noch nicht einmal, was wir machen. Also, schau mal, was dort vor Ort ist. Ja, hier will ich los. Alles gut, wie geht's vorne, wie geht's dir? Grüß euch! Hi! Seid ihr für ein paar Geschenke, oder? Ja. Wir schauen schon mal rein, wir kommen gleich. Jeder, der nicht gefilmt werden möchte, bitte auf die Seite. Jeder, der mitspielen möchte, kann da bleiben. Das geht. Das war auch ganz cool, mich hier. Das sind kleine T-Shirts schon. Ja. Das sind so mit Peace-Zeichen auf dem Rücken. Aber ich dachte auch, was cool ist, dass die Leute, selbst wenn sie das gewinnen für sich selber, dass sie halt sagen, sie können das weiter verschenken zu Weihnachten. Ja, passt. Gute Idee. Wie viele haben wir? Fünf? Sechs Off-White-Shirts rausballern in sechs Minuten. Das wäre das Goal. Dann habe ich zur Not auch noch so hier... Krass, das haut mit am Haufen. Sehr gut. Dann nimmst du das. Okay, Sack. Und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Die Leute sind schon ready. Here we go. Legen wir los. So, Freunde, let's go. Wer hat Bock auf ein gratis Off-White-Shirt? Jeder, der kann sich mal dran. Sehr gut, eh jeder. Wir gehen einfach mal random durch. Also, ihr kriegt es natürlich nicht gratis, sondern ihr müsst auch was dafür machen. Und zwar entweder mich schlagen, also nicht in die Fresse. Er geht direkt los. Nein, wir machen so ein bisschen Challenge draus. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir fangen einfach mal vorne an, weil ich nehme an, ihr wartet jetzt am längsten, oder? Okay, gut, Bro. Bist du nicht da vom letzten Mal? Ja. Wir haben auch Frauen-Shirts mit dabei. Vielleicht magst du ein bisschen weiter nach vorne gehen. Gerne etwas vorne Platz nehmen. Wir schauen, wie weit wir kommen. Du hast Fragen vorbereitet, gell? Ja. Okay, ich mache einfach mal random, ich fange auch mal an. Wie ist die Hauptstadt von Salzburg? Salzburg. Richtig, kriegst du einen Off-White-Shirt. Bitteschön. Gut, nächster. Trainierst du gerne? Bist du sein Trainierer ein bisschen? Nein. Nein, okay. Irgendwer? Du? Oh Gott, ich kann keine Fitness. Du kannst kein Fitness? Also Fragen nicht so gut stellen. Mach so viele Liegestütze, wie du kannst. Wenn ich mehr schaffe, hast du verloren. Oh ja. Boah. Okay. Wie viel schaffst du? Alle. Okay, passt. Für diesen Moment. Ich meine nicht, dass du mir zu sein kannst. Ich kann keinem sein. Ah ja, wir feuern dich an. Let's go. Okay, jetzt zähl mit. Allein in den Front. Eins, zwei, drei, weiter runter, vier, fünf, sechs. Okay, 19. Also für das, dass du so viel trainierst. Er kommt nicht mit mir ab. Okay, geht's, Bro? Ja. Okay. Ja, war nicht schlecht. Nicht ganz 20 Liegestütze. Ich bin für dich 150 Kilometer hergefahren. Wirklich? Okay, das tut mir leid für dich, weil ich kann schon mehr als 20. Okay. Kannst du kurz halten, oder? Schauen wir mal, mehr schafft es. Ah, die EP stört mich ein bisschen, aber geh schon. Ah, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das war aber so. Das tut mir leid für dich, Bro. Trotzdem. Ah ja, genau mein Handy. Perfekt. So, gut. Nächster. Yassin, eine Frage. Aus welchem Land stammt Kaffee? Kaffee? Kaffee. Peru? Kolumbien? Nein. Scheiße. Scheiße ist auch nicht. Afrika? Er hat auch falsch geantwortet. Keinen Plan, wir machen eine neue Frage. Was kostet bei einem Tesla die Vollladung? Ah, 20 Cent. Circa Vollladung, Bro, 20 Cent? 2 Euro. Was? 8 Cent? Du sagst? Ich sag mehr. Ja, wie viel? 10 Euro. 23 Euro. Yeah, ich bin näher dran, sorry. Okay, du, dich einmal übersprungen. Okay, seid ihr zu dritt da? Okay. Komm mal her und sag mir im Vertrauen deine Lieblingsfarbe. Ja, gut. Okay? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Kein Aufwärtschert für dich, du bleibst. Die kennen sich nicht so gut, leider kein Aufwärtschert. Wir wollen auch Freunde belohnen. Du warst noch nicht dran. Okay, Yassin, hau raus, eine Frage. Einwohnerzahl von Frankreich. Scheiße. 56 Millionen. Ich sag mehr. Ja, was mehr? 58 Millionen. 66,9 Millionen. Yes. Okay. Bro, Palm Angels Flex am Start, Dior am Start. Mit welcher Marke kooperiert Daniel Arsham? Automarke. Das ist so Internet. Bro, Autos bin ich überhaupt nicht. Porsche wäre es gewesen. Leute, rundherum, bisschen leiser. Sorry, kein Aufwärtschert für dich. Gut. Bro, ist das von Peso? Nee, das ist Cheatler. Okay, okay. Gut. Was findest du besser, Peso oder MEM? MEM, natürlich. Mach eine Frage. Wann kamen die ersten Nike Air Force aus? Welches Jahr? Ich sag 1980. Okay, was sagst du? Ich sag 1998. 1998. Was? 1998 sagt er. 1982. Haha, yes. Okay. Schere Steinpapier. Schere Steinpapier. Schere Steinpapier. Okay, passt. Schere Steinpapier. Fuck. Okay, Aufwärtschert. Ist das das Frauenschert? Okay, du kriegst es einfach so. Bitte schön. Danke. Gerne. Haben wir schon Anwesenzeit? Egal, es war ein Frauenschert. Ich muss das loswerden. Okay. Bei dir war ich. Was haben wir da gesagt? Warum? Weil er gewonnen hat gegen Schere Steinpapier. Ah, scheiße. Ja, okay. Danke schön. Bitte. Spielts gegeneinander Schere Steinpapier? Nein, wisst du was? Ihr macht das Armdrücken. Ohhhh. Und vom Tisch oder so? Ja, ja, wir gehen rein. Kommt. Wer stärker ist, kriegt das Aufwärtschert. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oha. Festhalten gilt nicht. Uh, das ist ein Kampf. Komm, es geht um ein Aufwärtschert. Es geht um ein Aufwärtschert, Leute. Uh, wie der kämpft. Wie der kämpft. Übrigens Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten, bitte. Ja. Oha. Okay, leider. Aufwärtschert für den stärkeren. Congrats. Bitteschön. Bitteschön. Was haben wir jetzt noch? Das ist Woman? Kindershert. Das ist ein Kindershert, Bro. Perfekt. Ihr gönnt euch natürlich gegenseitig sehr nice. Sonst, wenn es nicht passt, du kannst es weiterschenken. Das ist auch so ein bisschen Sinn der Sache. Oder verkaufen. Ist ja egal. Okay, Freunde. Weiter geht's. Wie viele Shirts haben wir noch? Zwei Shirts haben wir noch. Okay, passt. Krass. Gut. Coole Schuhe. Danke. Ist man mit denen auch schnell? Ja. Okay. Bist du mit den Yeezys auch schnell? Wettrennen. Ah, fuck. Von der Wand bis zu mir. Wer schneller ist, kriegt das Aufwärtshirt. Okay, gut. Bist ganz nach hinten. Könnt schon mal hindüsen. Genau. Willst du mit der Jacke laufen? Nein. Gib die ihm dabei, oder? Ich würde ein bisschen auf der Seite gehen, weil die werden nicht sonst niederlaufen. So, Leute. Ein bisschen schneller, so viel Zeit haben wir nicht. Ja, wir gewinnen. Der Größere. Vor allem schreibt es jetzt in die Kommentare, wer das Rennen macht. Ich glaube, der Größere. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was? Oh, damn. Klares Rennen. Klares Rennen. Bitteschön, dein Aufwärtshirt. Yes. Trotzdem nice gemacht. Trotzdem nice gemacht. Danke fürs Mitspielen. So, ein Shirt haben wir noch, gell? Arm drücken gegen dich. Eins haben wir noch? Arm drücken gegen mich? Ja, hier. Bro, das schaffst du nicht. Ich will es probieren. Okay, komm. Glaubst du, hast du wieder eine Chance gegen mich? Ich hoffe. Okay. Ich hoffe. Vielleicht überschätze ich mich auch und verkack hier Boden los, aber was soll's. Ich habe schon ein bisschen Kraft, Bro. Klar. So. Letztes Aufwärtshirt. Rechts oder links? Rechts. Alles klar. Soll ich schon den Pulli ausziehen? Ich lasse mir ab. Mach mal so. Okay, na, da ist schon ein bisschen was unter dem Shirt. Da ist schon Kraft dahinter. Arm hinterm Rücken. Können wir machen, ja. Okay. Bist du ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nächster. Passt. Nächster. Okay. Easy. In der Nachhinein. Auf einmal Jason Stettel machte, da habe ich auch ein Off-Bait-Shirt. Oh krass. Der allererste Merch. Oha. Er ein Mann. Ist das Deins oder was? Ja. Krass. Okay, passt. Ein Shirt haben wir noch. A scheiße. Genau in dem Moment. Silko, packst du dich um? Stellst du das Auto um? Okay, okay. Klassiker. Okay, letztes Off-Bait-Shirt. Wir spielen... Euch zwei könnte das passen. Okay. Jason, eine Frage. Wenn man die Buchstaben... Aufpassen, wer schneller ist, okay? Wenn man die Buchstaben von A bis Z durchnummeriert, wenn A 1 ist und Z ist 26, was für eine Zahl kommt bei MAM heraus? Bei M? M-A-M. Warte. 13, 1, 13. Ja. Richtig? Ja. Okay, passt. Bitteschön. Der letzte Software-Shirt. Sehr gut. Max? Ja? Wir haben noch einen Kalender frei. Einen Türchen können wir noch offen machen. Okay, wir verlosen noch ein Türchen, um den Adventskalender bei Rare Fashion zu öffnen. Wer will da mitmachen? Warte, warte. Okay, du hattest die weiteste Anfahrt, dann kriegst du das Türchen. Ja. Perfekt. Okay, Leute. Das war... Keine Ahnung, wie ich das Format nenne. Ich nenne das dann irgendwie. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Leute. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und dann machen wir in diesem Sinne weiter und gönnen weiterhin. Frohe Weihnachten. Das war's von mir. Euer Maximilian. Danke, Leute. Das meine ich mit gönnen. Er hat das Aufwärtsshirt gewonnen und hat es ihm gerade zum Geburtstag geschaffen. Mega, mega nice. Korrekte Aktion. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Für alle, die nichts bekommen haben. Tut mir leid, aber trotzdem. Danke, dass ihr da wart. Ich hab mich irrsinnig gefreut. Danke. Danke.